Die Automobilweltmeisterschaft 1977 war die 28. Saison der Automobilweltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird. In ihrem Rahmen wurden über 17 Rennen in der Zeit vom 9. Januar 1977 bis zum 23. Oktober 1977 die Fahrerweltmeisterschaft und der internationale Pokal der Formel-1-Konstrukteure ausgetragen. Niki Lauda gewann zum zweiten Mal die Fahrerweltmeisterschaft. Ferrari wurde zum fünften Mal Konstrukteursweltmeister. Der FIA-Ehrentitel Großer Preis von Europa wurde 1977 an den Großen Preis von Großbritannien vergeben. Der Titel wurde in diesem Jahr letztmals als Ehrentitel vergeben und ab 1983 als eigene Veranstaltung geführt. Teams und Fahrer Rennkalender Rennberichte Großer Preis von Argentinien Der Große Preis von Argentinien im Autodromo Municipal Ciudad de Buenos Aires fand am 9. Januar 1977 statt und ging über eine Distanz von 53 Runden. Großer Preis von Brasilien Der Große Preis von Brasilien auf dem Autodromo de Interlagos fand am 23. Januar 1977 statt und ging über eine Distanz von 40 Runden. Großer Preis von Südafrika Der Große Preis von Südafrika auf dem Quilame Grand Prix Jigui fand am 5. März 1977 statt und ging über eine Distanz von 78 Runden. Tom Prüzi stirbt nach einem Unfall mit einem Streckenposten in der Passage der Kink. Der Feuerlöscher des Streckenpostens traf ihn am Kopf. Prüzi und der Streckenposten waren sofort tot. Großer Preis der USA West Der Große Preis der USA West auf dem Long Beach Grand Prix Jigui fand am 3. April 1977 statt und ging über eine Distanz von 80 Runden. Großer Preis von Spanien Der Große Preis von Spanien auf dem Sierkuito del Jarama fand am 8. Mai 1977 statt und ging über eine Distanz von 75 Runden. Großer Preis von Monaco Der Große Preis von Monaco auf dem Sierkuito del Jarama fand am 22. Mai 1977 statt und ging über eine Distanz von 75 Runden. Großer Preis von Belgien Der Große Preis von Belgien auf dem Sierkuito del Jarama fand am 5. Juni 1977 statt und ging über eine Distanz von 70 Runden. Großer Preis von Schweden Der Große Preis von Schweden in Andersdorp fand am 19. Juni 1977 statt und ging über eine Distanz von 72 Runden. Großer Preis von Frankreich Der Große Preis von Frankreich auf dem Sierkuito del Jarama Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone fand am 16. Juli 1977 statt und ging über eine Distanz von 68 Runden. Großer Preis von Großbritannien Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone fand am 16. Juli 1977 statt und ging über eine Distanz von 68 Runden. Das Rennen erhielt den Ehrentitel Großer Preis von Europa 1977. Großer Preis von Deutschland Der Große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring fand am 31. Juli 1977 statt und ging über eine Distanz von 47 Runden. Großer Preis von Österreich Der Große Preis von Österreich auf dem Österreichring fand am 14. August 1977 statt und ging über eine Distanz von 54 Runden. Großer Preis der Niederlande Der Große Preis der Niederlande auf dem Sierkvipark Sandwurt fand am 28. August 1977 statt und ging über eine Distanz von 75 Runden. Großer Preis von Italien Der Große Preis von Italien in Monza fand am 11. September 1977 statt und ging über eine Distanz von 52 Runden. Großer Preis der USA Ost Der Große Preis der USA Ost auf dem Watkins Glen International fand am 2. Oktober 1977 statt und ging über eine Distanz von 59 Runden. Großer Preis von Kanada Der Große Preis von Japan Der Große Preis von Japan in Fuji fand am 23. Oktober 1977 statt und ging über eine Distanz von 73 Runden. Weltmeisterschaftswertungen Für die Wertung wurden die besten 8 Ergebnisse der ersten 9 und die besten 7 der restlichen 8 Rennen berücksichtigt. In der Konstrukteurswertung wurde der jeweils bestplatzierte Wagen des jeweiligen Konstrukteurs berücksichtigt. Für die Konstrukteursmeisterschaft zählten nur die besten 8 Ergebnisse der ersten 9 und die besten 7 der restlichen 8 Rennen. Es gab nur Punkte für den bestplatzierten Wagen jedes Konstrukteurs.